Hallo liebe Genossinnen und Genossen, wir sind nur leicht hinter dem Zeitplan und ich möchte dazu beitragen, dass wir vielleicht ein bisschen Zeit wieder aufholen. Wir reden ja nicht das erste Mal über das Tempelhofer Feld auf einem Landesparteitag. Ich würde sogar prognostizieren, wir reden auch nicht das letzte Mal darüber. Aber wir reden das letzte Mal auf einem Landesparteitag darüber vor dem Volksentscheid am 25. Mai. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns klarmachen, welche Entwicklungen hat es gegeben seit der Beschlussfassung des Landesparteitags im November 2013 zum Tempelhofer Feld. Wer gut aufgepasst hat, wird sich daran erinnern, dass das Tempelhofer Feld in dem Antrag Wohnungspolitisches Programm Bezahlbares Wohnen Berlin für alle eine Rolle gespielt hat und warum es heute notwendig ist, diese damalige Beschlussfassung im Lichte der aktuellen Entwicklungen noch mal zu überdenken. In dem Antrag vom November haben wir relativ deutlich gesagt, dass wir uns, wenn es möglich ist, auf landeseigenen Flächen tatsächlich sozial tragbaren Wohnungsbau zu errichten, dass wir uns dem am Tempelhofer Damm, also konkret am Tempelhofer Damm und nicht an allen Rändern des Tempelhofer Feldes, nicht verschließen werden, dass wir das für sinnvoll und notwendig halten. Wir haben aber seither eine andere Entwicklung erfahren müssen. Für manche überraschend oder vielleicht sogar für viele überraschend, für viele waren erfreut, dass die zweite Stufe des Volksbegehrens Erfolg hatte. Daran werdet ihr euch erinnern. Und es gab die Notwendigkeit, im Abgeordnetenhaus darüber zu entscheiden, wird es einen Alternativvorschlag geben zur Initiative 100% Tempelhofer Feld oder nicht. Die Koalition ist dann relativ forsch nach vorn getreten und hat einen Gesetzentwurf vorgeschlagen, der lediglich den Schutz des Innenraums in Aussicht stellt und für den gesamten Rest eigentlich eine verbale Fassung des Masterplans des Senates enthielt. Dann wurde auch noch gnädig mitgeteilt, ja, man könne auch darüber reden. Die Oppositionsparteien könnten ja an der Begründung mitwirken zu diesem Gesetzentwurf. Und das fanden wir dann schon etwas merkwürdig. Und wir haben uns entschlossen, okay, wenn es Gespräche gibt, überfraktionelle Gespräche, dann reden wir natürlich über die Inhalte und nicht nur über die Begründungen. Und wir haben in diesen Verhandlungen im Abgeordnetenhaus ziemlich deutlich gesagt, was unsere Kernforderungen sind, die sich auch in der Begründung des Dringlichkeitsantrags D1 finden. Ich will sie hier nochmal wiederholen. Erstens eine begrenzte bauliche Entwicklung, und zwar begrenzt auf den Tempelhofer Damm. Daraus folgt logisch, die zu schützende Fläche deutlich zu erweitern, und zwar um das Areal am Kolumbiadamm. Es ist vorhin gesagt worden, dieses Areal ist auch aus historischen Gründen sozusagen unbebaubar. Dort war das KZ Kolumbia, und dort ist notwendigerweise Platz zu halten für einen würdigen Gedenkort. Wir waren außerdem der Meinung, dass die Kleingartenanlagen am Südring schützenswert sind und Teil der landschaftlichen und freizeitgleichen Nutzung sein sollen. Ein dritter Kernpunkt unserer Forderung, der steht oben drüber, verbleibt des Tempelhofer Felds in öffentlicher Hand, und zwar zu 100 Prozent. Die Koalition hat lediglich in Aussicht gestellt, die zu schützende Freifläche in öffentlicher Hand zu belassen. Wir sind der Meinung, das Tempelhofer Feld muss zu 100 Prozent in öffentlichem Besitz bleiben. Für die begrenzte bauliche Entwicklung am Tempelhofer Damm waren wir der Auffassung, dass dort ausschließlich ein sozial tragbarer Wohnungsbau infrage kommt. Ich bin immer bei dem Wort sozialer Wohnungsbau, komme ich immer etwas ins Stocken, weil es zu viel mit den schlechten alten Traditionen Westberlins und Westdeutschlands zu tun hat. Aber nehmen wir es mal beim Wort. Wäre es also ein wirklicher sozialer Wohnungsbau, dann müssen die Wohnungen, die dort entstehen, für Menschen tragbar sein, die auch von Transfereinkommen leben. Und das ist nicht vorgesehen. Das ist von der Koalition nicht vorgesehen. In deren Antragsentwurf steht drin, dass 50 Prozent der Wohnungen zu Mieten von 6 bis 8 Euro, Anfangsmieten zu 6 bis 8 Euro, und der Rest, darüber wird keine Aussage getroffen. Gehe ich mal davon aus, das sind dann aufwandsbezogene Mieten, 10 Euro plus aufwärts ist dann sozusagen die Botschaft. Also das ist ein weiterer Kernpunkt. Dritter und letzter, oder nee, letzter Punkt, habe jetzt hier nicht richtig mitgezählt, die eine wirkliche Bürgerbeteiligung für die weitere Entwicklung des Tempelhofer Feldes zu etablieren, und zwar die verbindlichen Charakter hat und die auch die Möglichkeit schafft, mitzureden, sowohl was die Entwicklung der Freifläche angeht, als auch was die Planung in den weiteren Randbereichen angeht. Nicht einmal dazu war die Koalition in ihrer Rhetorik bereitet, muss man deutlich sagen. Sie haben, nachdem Sie in Gesprächen große Arabesken gedreht haben, Steffen Zillig hatte das Vergnügen, einige Sitzungen der parlamentarischen Geschäftsführer durchzuführen, die sich dann auch gerne bis abends hinzogen. Es war unerträglich, mit welcher Arroganz die Koalition alle Vorstellungen unsererseits abgebügelt hat. Und uns blieb dann gar keine Wahl, zu sagen, okay, auf dieser Grundlage gibt es keinen überfraktionellen Antrag. Deshalb hat es am 20. März im Abgeordnetenhaus eine Abstimmung gegeben über den Gesetzesvorschlag der Koalition, den haben wir abgelehnt, und über einen Alternativvorschlag von uns, ja, zum Volkspark Tempelhof und zu sozialem Wohnen am Tempelhofer Damm. Dieser Antrag hat erstaunlicherweise für mich eigentlich keine Mehrheit gefunden. Und deshalb ergibt sich daraus jetzt die Konsequenz. Beim Volksentscheid steht zur Abstimmung a. der Koalitionsvorschlag, weil der hat die Mehrheit des Abgeordnetenhauses, wird also fälschlicherweise darauf stehen, dass es der Vorschlag des Abgeordnetenhauses wäre, und b. der Vorschlag der Initiative 100 Prozent Tempelhofer Feld. Und vor diesem Hintergrund ist es für mich ganz eindeutig, wir haben seinerzeit gesagt, wir unterstützen die Intention des Volksbegehrens. Wir haben zwar nur 95 Prozent Tempelhof in unseren Anfangsüberlegungen gehabt, aber nach der Entwicklung der Dinge ist völlig klar, ja, zu 100 Prozent Tempelhofer Feld. Vielen Dank. Vielen Dank, Katrin. Ruben, bevor du das Wort bekommst, würde ich noch mal sagen, wir haben jetzt um derzeit eine Redeliste von insgesamt sieben Personen. Einer hat davon schon geredet. Ich würde sagen, ihr könnt jetzt noch während der Rede von Ruben weitere Wortmeldungen abgeben, wenn ihr das möchtet. Ansonsten würde ich danach gerne die Redeliste schließen wollen. Also, liebe Genossinnen, liebe Genossen, mit großer Freude und mit gutem Gewissen kann ich euch heute empfehlen, dem vorliegenden Dringlichkeitsantrag zuzustimmen. Ich verbinde das noch mal explizit mit einem Dankeschön an die LAG Umwelt und an Georg Frankel, die ihre Anträge zurückgezogen haben, damit es bei der anschließenden Abstimmung nur einen einzigen Antrag gibt. Wenn man in die Medien schaut, kann man leicht den Eindruck gewinnen, bei diesem Volksentscheid gäbe es auf der einen Seite den Senat, der auf dem Tempelhofer Feld nahezu ausschließlich Sozialwohnungen bauen wolle, und auf der anderen Seite eine kleine Bürgerinitiative, die den Bau von Sozialwohnungen verhindern will. Das ist selbstverständlich Schwachsinn. Aber es ist Ausdruck einer gut organisierten Desinformationskampagne, mit der SPD und CDU die Bürgerinnen und Bürger Berlins vor diesem Volksentscheid täuschen wollen. Der Senat täuscht, wenn er sagt, er wolle diesen Park erhalten. Wahr ist hingegen, der Senat will einen großen Teil des Tempelhofer Feldes, das dem Land gehört, also uns Bürgerinnen und Bürger. Der Senat will einen großen Teil privatisieren. Der Senat will einmal mehr öffentlichen Grund und Boden meist biegend verhökern. Die Immobilienspekulanten reiben sich bereits die Hände. Das Gebiet gilt als Filetstück Berlins. Wahr ist übrigens auch, rund die Hälfte des Gebietes, das der Senat bebauen lassen möchte, wird als Gewerbenutzfläche ausgewiesen. Dafür gibt es überhaupt keinen Bedarf. In Berlin stehen rund 8 Prozent der Büroflächen leer. Der Senat täuscht, wenn er den Eindruck erweckt, er wolle auf dem Tempelhofer Feld vor allem Sozialwohnungen bauen. Der Senat plant überhaupt keine Sozialwohnungen. Entstehen werden in der Mehrzahl teurer Wohnungen beziehungsweise Luxuswohnungen. Von den angedachten 4.700 Wohnungen sollen maximal 850 Wohnungen, also lediglich ein Fünftel, zu Mieten von 6 bis 8 Euro netto kalt angeboten werden. 6 bis 8 Euro netto kalt, Katrin hat es gesagt, das sind überhaupt gar keine Sozialwohnungen. Und gesetzlich garantiert ist nicht einmal dieser kleine Teil. Der Rest werden vermutlich teure Apartments, Luxuswohnungen und Lofts. Und wenn der Senat tatsächlich Sozialwohnungen bauen wollte, gäbe es hierfür zahlreiche, viel preiswertere Möglichkeiten. Allein in Neukölln weist das Bezirksamt Flächen für 12.000 neue Wohnungen aus, außerhalb des Tempelhofer Feldes und bereits erschlossen. Im Ernst, Genossinnen und Genossen, SPD und CDU haben bisher nicht eine einzige Sozialwohnung in Berlin gebaut. Und meine Fantasie reicht bei weitem nicht, um mir vorzustellen, dass diese Parteien nun ausgerechnet damit an Berlins attraktivstem Ort beginnen werden. Und wahr ist drittens, das Feld soll teilweise verkauft werden, bauen dürfen private Konzerne. Aber die Kosten für die Erschließung des Gebietes soll die Allgemeinheit aufbringen. Bisher gibt es dort nämlich keine Gasleitung, keine Elektrizität, keine Straßen, keine Kalonisation. Ein Teil dieser Erschließungskosten soll finanziert werden aus dem Verkauf von Grund und Boden. Den Rest gibt es dann aus dem Landeshaushalt. Erst verhökert also der Senat unser aller Eigentum. Und dann werden wir zur Kasse gebeten, um die teuren Wohnungen zu subventionieren. Das ist so ähnlich, als würde ich mein Auto, sagen wir, für 1.000 Euro verkaufen und anschließend mit diesen 1.000 Euro und weiteren 1.000 Euro dem Käufer meines Wagens einen neuen Motor und neue Winterreifen kaufen. Der Masterplan des Senates bedeutet, weniger öffentlicher Grund und Boden, noch mehr Schulden, noch mehr Luxuswohnungen. Das ist die Wahrheit, Genossinnen und Genossen. Abschließend. Laut Umfragen ist die Berliner Bevölkerung an dieser Frage gespalten. Das bedeutet für uns, wir können den Unterschied machen. Wir können in unseren Nachbarschaften, Sportvereinen, auf der Arbeit, Menschen mit unseren Argumenten überzeugen. Wir können sie für unsere Position gewinnen und so diesen Volksentscheid beeinflussen und möglicherweise mitentscheiden. Ich bin fest überzeugt, wir können beides ein gutes Ergebnis bei den Europawahlen und einen Erfolg beim Volksentscheid. Bitte stimmt dem Antrag zu und bitte lasst uns ab heute alles dafür tun, diesen Volksentscheid zum Erfolg zu verhelfen. Dankeschön. Vielen Dank. Der derzeitige Stand ist, dass wir fünf weitere Wortmeldungen haben und einen Gastbeitrag der BI Tempelhof, der vielleicht als nächstes dran wäre. Ich schlage vor, die Redeliste an dieser Stelle zu schließen. Gibt es dagegen Widerspruch? Das sehe ich nicht. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer dafür ist, die Redeliste zu schließen, den bitte ich um das Zeigen der Delegiertenkarte. Dankeschön, die Gegenprobe. Keine Gegenstimmen, Stimmenthaltungen. Dann haben wir das einstimmig so getan. Und ich bitte jetzt Mareike Witt von der Initiative 100% Tempelhof. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier sein zu können und mitzubekommen, wie ihr über das Tempelhofer Feld denkt. Wir haben euch auch mal eins unserer Plakate mitgebracht. Worum geht es bei diesem Volksentscheid? Triviale Frage. Hier ist das allen klar. Aber treten wir gemeinsam einen kleinen Schritt zurück und überlegen uns das nochmal. Zuerst einmal natürlich, es geht ums Tempelhofer Feld. Um den inzwischen beliebtesten Park der Berliner. Zehntausende Besucher pro Woche, über zwei Millionen Besucher pro Jahr kommen auf diese weltweit einzigartige Fläche, um die Weite zu genießen, vom Alltag durchzuatmen und durch unterschiedlichste Hobbys sich zu entspannen. Sportarten, die teilweise nur dort in Berlin durchgeführt werden können. Gemeinschaftsprojekte, wie zum Beispiel das Open Gardening und vieles mehr ist dort möglich. Als nächstes ganz offensichtlich, es geht um ein Gesetz. Das Gesetz über den Erhalt des Tempelhofer Feldes, kurz das THF-Gesetz. Dieses Gesetz ermöglicht viel. Es ermöglicht, das weiterzuentwickeln, was die Berliner auf ihrem Feld schon begonnen haben. Zum Beispiel mit den Pionierprojekten, wie dem schon genannten Urban Gardening. Das Feld gilt es nun, mit Bürgerbeteiligung zu gestalten. Das Gesetz erlaubt übrigens ausdrücklich das Pflanzen von Bäumen, das Aufstellen von Bänken, das Anlegen von Sportanlagen und Wasserflächen und es kann sogar mehr Gastronomie mit dem Gesetz geschaffen werden, als jetzt auf dem Feld vorhanden ist. Hierzu werden aber immer wieder falsche Äußerungen von CDU und SPD in die Öffentlichkeit getragen, um das Gesetz zu diffamieren. Dieses Gesetz schützt das Feld vor Privatisierung. Und Privatisierung ist die Voraussetzung für den Masterplan des Senats. Das THF-Gesetz ist also der einzige Weg, den Masterplan des Senats zu stoppen. Das Gesetz des Abgeordnetenhauses hingegen, wir haben es gerade schon gehört, ist der Masterplan im Schafspelz. Ihnen müssen wir hier, glaube ich, nichts davon erzählen. Ich sehe Nicken in der ersten Reihe. Über 185.000 Berlinerinnen und Berliner haben unterschrieben, damit über das Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes in ganz Berlin abgestimmt werden kann. Und hier sind wir beim nächsten Punkt. Es geht am 25. Mai um Berlin. Das haben wir auch versucht, in unserem Logo jetzt mit aufzunehmen, dass das ganz deutlich wird. Das Tempelhofer Feld ist ein Exempel. Mit dem Volksentscheid wird nicht das Anliegen von einigen wenigen egoistischen Tempelhofern und Neuköllnern thematisiert. Nein, es sind Fragen von stadtweiter Relevanz, die hier zutage treten. Soll in Berlin weiterhin öffentlicher Raum verkauft werden? Sollen öffentliche Grünflächen für neue Luxusflächen geopfert werden? Nein, öffentliche Grünflächen dürfen nicht als günstiges Bauland für Investoren herhalten. Für das Anliegen treten wir stadtweit mit unseren Bündnispartnern vom Ernst-Themann-Park, vom Mauerpark oder auch vom Spreepark und vielen weiteren ein. Themen wie die Wohnungspolitik werden wichtig. Mit unverbindlichen Versprechen zum Tempelhofer Feld soll über ein fehlendes Konzept in der Wohnungspolitik hinweg getäuscht werden. Wir haben auch das schon gehört. Tatsächlich plant der Senat zum großen Teil Gewerbe und Industrie auf dem Tempelhofer Feld. Unter anderem hieran zeigt sich, dass es dem Senat nicht um bezahlbaren Wohnraum geht, sondern um die Interessen der Immobilienlobby. Können auf dem Feld überhaupt Sozialwohnungen entstehen? Nein, auch das wurde gerade schon erwähnt. Sozialwohnungen kann man nur dort bauen, wo die Erschließungskosten niedrig sind. Genau das ist aber auf dem Tempelhofer Feld nicht gegeben. Das haben wir eben schon genauer gehört. Was Berlin aber fehlt, sind genau diese Wohnungen, die sich Berlinerinnen und Berliner leisten können. Nicht neue Luxuswohnungen, wie sie jetzt auf dem Feld langfristig geplant sind. In Berlin fehlen jetzt schon 120.000 Wohnungen mit einer deutlich unter 5 Euro liegenden Netto-Kaltmiete. Diese Wohnungen plant der Senat weder auf dem Tempelhofer Feld noch anderswo. Selbst die vom Senat in Auftrag gegebene Empirika-Studie macht deutlich, an Bauland fehlt es in Berlin nicht. Alles, was auf dem Feld gebaut werden soll, kann auch woanders gebaut werden. Nur leider, und das steht jetzt nicht in der Studie, scheint das Konzept und der politische Wille dazu zu fehlen. Beim Sammeln der Unterschriften für das Volksbegehren wurde uns sehr deutlich, die Berliner interessieren sich vielleicht nicht alle in gleichem Maße für das Feld als Grünfläche. Aber die Steuerschulden, die durch die Bebauung des Feldes entstehen würden, die interessieren doch alle. Wofür sollen unsere Steuergelder verwendet werden? Sind neue Großprojekte das, was Berlin fehlt? Bei Projekten wie dem Tempelhofer Feld möchten die Bürgerinnen und Bürger beteiligt sein. Ob dies zukünftig möglich sein wird? Nicht zuletzt darum geht es am 25. Mai. Diese Abstimmung kann ein positives Exempel statuieren. Schaffen wir es hier, dem Senat zu zeigen, dass wir die jetzige Politik nicht länger akzeptieren wollen, wird das nicht folgenlos bleiben. Die Berlinerinnen und Berliner über all das zu informieren, ist ein sehr großes Ziel. Eine weitere große Herausforderung ist es, den für Berlin völlig neuen Wahlschein zu erklären. Also wer den Masterplan verhindern möchte, muss beim THF-Gesetz mit Ja stimmen und bei dem Abgeordnetenhausgesetz mit Nein. So etwas gab es bisher noch nicht. Für diese Aufklärungsarbeit brauchen wir breite Unterstützung. Wir würden uns da über Zusammenarbeit sehr freuen. Gerade beim Plakatieren, beim Verteilen von Infomaterialien, Infostände, all das müssen wir irgendwie bewältigen. Wir freuen uns auf eine lebendige und hoffentlich positive Aufklärungskampagne und eine gute Zusammenarbeit in den nächsten Wochen. Vielen Dank. Vielen Dank, Mareike Witt. Das Wort hat Pascal Meiser, weil Lucia schnell zurückgezogen hat und danach Moritz Wittler. Liebe Genossinnen und Genossen, wahrscheinlich wird es euch wenig überraschen. Wir als Anrainerbezirk Friedrichshain-Kreuzberg haben uns bereits festgelegt. Wir rufen dazu auf, am 25. Mai dem Vorschlag der Initiative 100% Tempelhofer Feld zuzustimmen und die Senatspläne abzulehnen. Und wir freuen uns sehr, dass der Landesvorstand zum gleichen Schluss gekommen ist und heute den Antrag vorgelegt hat. Und wir empfehlen euch wärmstens hier mit großer Mehrheit einen entsprechenden Antrag D1 zuzustimmen. Auch, weil wir glauben, dass die Bebauungspläne für das Tempelhofer Feld weder ökologisch noch sozial sind. Und diese Botschaft sollten wir auch von heute hier ausstrahlen. Und wir sollten das so deutlich machen mit einer überwältigenden Mehrheit. Es auch zeigt, dass wir da geschlossen dahinter stehen, egal aus welchem Bezirksverband wir kommen, egal wie nah oder wie fern uns das Tempelhofer Feld persönlich ist, weil es um die Entwicklung der ganzen Stadt geht. Meine Vorrednerin hat das sehr deutlich gesagt. Und wir sollten das auch so deutlich machen, dass unsere Partei hier wirklich eindeutig steht und es nicht so machen, wie die Grünen letztes Wochenende, die auch ziemlich rumgeeiert haben, wo es noch gewaltige Widerstände auch auf ihrem Parteitag gab, einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Sie haben es im Ergebnis gemacht, aber man hat gemerkt, die Grünen stehen da nicht so eindeutig dahinter, wie wir das hoffentlich tun. In Friedrichshain-Kreuzberg sind wir schon 2011 bei den Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung mit einer klaren Position angetreten. Wir stehen einer Bebauung des Tempelhofer Feldes grundsätzlich skeptisch gegenüber. Ich glaube, die Entwicklung der letzten Jahre unter der Großen Koalition hier in Berlin, die ja gar nicht mehr so groß ist, wenn man sich die Umfragen anschaut, hat gezeigt, dass wir damit ziemlich richtig liegen, dass eine ökologische und soziale Bebauung des Tempelhofer Feldes unmöglich, wenn nicht, Entschuldigung, wenn schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, jedenfalls die Vorschläge des Senats gehen nicht in die Richtung, sondern in die falsche Richtung. Wir stehen aber in Friedrichshain-Kreuzberg nicht allein. Die zweite Stufe des Volksbegehrens hat das sehr deutlich gezeigt. Ihr habt das ja alle den entsprechenden Veröffentlichungen entnehmen können. Über 32.000 Friedrichshainerinnen, Friedrichshainer-Kreuzbergerinnen und Kreuzberger haben in der zweiten Stufe gegen den Senat und gegen diese Pläne unterschrieben. Das sind rund 19 Prozent. So viel gab es noch bei keinem einzigen Volksbegehren bei uns im Bezirk. Ich glaube, das ist ein deutliches Misstrauensvotum für diesen Senat und für die Bebauungspläne. Und ich glaube, diesen Schwung werden wir auch in den 25. Mai mitnehmen können und dort ein klares Zeichen aus Friedrichshain-Kreuzberg senden, nämlich für 100 Prozent Tempelhofer Feld, für alle gegen Immobilienspekulation und Bodenprivatisierung, wie es der Senat plant. Ich freue mich auf viele Nachahmerinnen und Nachahmer aus anderen Bezirken und wünsche uns gemeinsam viel Erfolg für den 25. Mai. Vielen Dank. Das Wort hat Moritz Wittler und danach Udo Woll. Liebe Genossinnen und Genossen, auch ich bin sehr erfreut über den vorliegenden Antrag und hoffentlich auch das Abstimmungsergebnis. Wir haben uns ja schon öfter mit diesem Feld beschäftigt. Und ich denke auch hier die Redebeiträge, die bisher gehalten wurden, wir haben uns jetzt sozusagen verständigt darum, wie gehen wir mit der Kampagne weiterhin um. Ich finde aber, wir sollten nicht nochmal den Fehler machen und das nicht ernst nehmen. Also zu sagen, wir sind zu weit weg von dem Feld, dort wird es die Leute nicht interessieren. Das ist ein Kraftflugverbot. Sondern wir sollten das ernst nehmen. Wir haben das zweimal unterschätzt, dieses Volksbegehren. Es hat einen Riesenrückhalt in der Berliner Bevölkerung und wir können damit auch gewinnen. Weil ich glaube, es geht einerseits konkret um die Frage des Tempelhofer Feldes, aber andererseits geht es um die Frage, wem gehört die Stadt. Und die stellt sich in der ganzen Stadt. Und was hier ja auch schon von meinen Vorrednerinnen gesagt wurde, wenn wir dem Senat hier schaffen, ein klares Stoppzeichen zu geben für seine neoliberale Stadtpolitik, dann kann es uns auch gelingen bei anderen Gelegenheiten am Mauerpark oder beim Ernst-Thelmer-Park. Insofern bitte ich euch, nehmt das ernst, stimmt jetzt hier nicht nur ab, sondern fahrt diese Kampagne. Und ich denke, wir können dort in der ganzen Stadt auch davon profitieren und bei vielen anderen Gelegenheiten sozusagen auch die Kräfteverhältnisse in der Stadt weiter verschieben gegen diesen Senat. Ich glaube, im Wesentlichen ist unsere Aufgabe dabei, tatsächlich die Glaubwürdigkeit des Senates weiterhin anzugreifen. Die SPD plant ja eine Plakatkampagne für sozialen Wohnungsbau und denkt, sie kommt damit durch. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil sie haben so viel Vertrauen verspielt und wenn man sieht, was sie sonst in der Wohnungspolitik machen, die Leute glauben diesem Senat nicht und wir haben eine große Chance, das zu gewinnen, trotz dieser drängenden Mietenfrage, weil die Leute eben zu Recht nicht glauben, dass die Mietenfrage auf dem Tempelhofer Feld gelöst werden wird. Wir haben in Neukölln ja bereits Plakate gedruckt. Wir haben auch schon verschiedene Bezirke, haben uns auch schon welche abgenommen. Inzwischen haben wir keine mehr. Aber ich bitte euch, macht diese Kampagne mit, bestellt diese Plakate weiterhin. Es gibt nämlich noch die Möglichkeit, bis Anfang nächster Woche Plakate zu bestellen, sodass sie sehr schnell innerhalb einer Woche nachgedruckt werden können. Dann könnt ihr die Kampagne mitfahren. Weiterhin gilt das Angebot auch, von unserer Seite gerne Referenten für Veranstaltungen zu stellen. Fahrt diese Kampagne und dann können wir erfolgreich sein gegen den Senat. Dankeschön. Das Wort hat Udo Wolf und dann als Letzter zu diesem Tagesordnungspunkt Maite Schmidthals. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, schön, dass wir im Ergebnis so eine große Einigkeit erzielen können. Das ist gut. Das ist ein guter Auftakt auch für die Kampagne, auch in Verbindung mit den Europawahlen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir uns hier nicht selbst in Rage reden und dabei ein paar Probleme vernachlässigen, wie es dabei gibt. Und da gehört, es gehört einfach zur Wahrheit dazu, zu sagen, dass natürlich ähnlich wie zum Beispiel bei der Frage Volksbegehren Nachtruhe in Treptow-Köpenick, also Nachtflugverbot, dass es in anderen Bezirken eine nicht so große Identifikation mit dem Volksbegehren gegeben hat. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem jetzt auch real mit dem Volksbegehren Tempelhof. Deswegen, du musst dich den Kopf schütteln, wir sind uns im Ergebnis einig. Die Frage ist, ob wir mit dem Gestus einfach der Agitation und Propaganda das Problem wegkriegen oder ob wir uns das Problem stellen und es versuchen zu lösen, damit wir gemeinsam einen Erfolg erzielen können am 25. Mai. Und das ist das Problem, vor dem wir standen von Beginn an bei der Kampagne. Es ist schwer zu vermitteln, wenn der Senat eine Kampagne macht, wo er drauf schreibt, sozialer Wohnungsbau und Entwicklung der Stadt, zu sagen, interessiert uns nicht. Das war ein Problem, das haben wir am Anfang auch mit der Initiative Tempelhof ausführlich diskutiert. Die war nicht bereit, in der Anfangsphase ihren Gesetzestext dahingehend zu ändern. Okay, ist hier gutes Recht, mussten wir mit leben. Dann haben wir der zweiten Stufe gehabt, eine Auseinandersetzung um den Masterplan des Senats. Da war immer klar, zu jedem Zeitpunkt, Katrin hat es gesagt, wir stehen der Initiative 100% Tempelhof wesentlich näher als dem Masterplan des Senats, aber wir müssen den Vorgang politisieren. Wir müssen aufklären über den Vorgang. Was ist das Kernproblem des Masterplans des Senats? Der Kernproblem ist, und da sind wir uns jetzt in der Sache einig, und das können wir thematisieren, Sie haben eine Öffnungsklausel für die Privatisierung öffentlichen Eigentums mit ihrem Masterplan gemacht. Das müssen wir ablehnen, das müssen wir thematisieren, und das, Schwierigkeit Nummer zwei, das ist das Problem der Grünen, für die ist das kein Problem, für uns war es ein Problem, deswegen haben die ein Vermittlungsproblem ihrer Entscheidungslinie, das wir nicht haben, aber wir müssen es in den Mittelpunkt unserer Kampagne stellen, die Öffnungsklausel zur Privatisierung dieses innerstädtischen Areals muss abgelehnt werden am 25. Mai. Der zweite wesentliche Punkt, liebe Genossinnen und Genossen, ist, wenn die darüber reden, Wohnungsbau, dann haben wir darüber geredet, der muss qualifiziert werden, welche Sorte Wohnungsbau und wo an welcher Stelle. Unsere Position war, Katrin hat es gesagt, konditioniert am Tempelhofer Damm und sonst nirgends. Was heißt konditioniert? Das heißt, es müssen Mietpreise so subventioniert werden, das ist die Wahrheit, dass sie tatsächlich auch von Transferleistungsbeziehenden bezahlt werden können. Das ist im Masterplan des Senats nicht vorgesehen. Und deswegen führt es dazu, dass wenn dort teurer gebaut wird, wenn teurere Mieten dort erzielt werden, dass wir es wieder mit einer Steigerung des Mietspiegels in diesem Areal haben, darüber müssen wir reden mit den Menschen in ganz Berlin, weil das die Methode ist, so wie dieser Senat Wohnungsbaupolitik betreibt, dass sie letztendlich die Mieten weiter mit nach oben treiben, während sie eine andere Propaganda betreiben. Darüber müssen wir reden. So, und wenn wir uns jetzt im Ergebnis nach diesem Diskussionsprozess einig sind, was wir eigentlich da wollen, das jetzt nicht kriegen, wenn die Entscheidungsalternative steht am 25. Mai ein Masterplan des Senats sozusagen, beziehungsweise noch mal ein schlechterer Text, als eigentlich der Masterplan des Senats gewesen ist. Die Koalition hat es ja noch viel schlimmer gemacht, als es noch war. Und auf der anderen Seite 100 Prozent Tempelhof. Ja klar, um gegen die Privatisierung dieses innerstädtischen Kleinodts zu arbeiten, um gegen Mietpreissteigerungen zu arbeiten, müssen wir aus Notwehr in dieser Situation stattweit am 25. Mai für 100 Prozent Tempelhof stimmen. Und dann, liebe Genossinnen und Genossen, beginnt eine weitere Debatte, nämlich dann, wie das Angebot auch jetzt noch mal von der Initiative gekommen ist, darüber zu reden, wie man partizipativ mit der Stadtgesellschaft über die weitere Entwicklung des Tempelhofer Fels nach dem 25. Mai diskutieren kann. Dankeschön. Maiti Schmidthalz hat das Wort und danach kommt die Antragskommission. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte zunächst mal mit zwei Danksagungen beginnen. Die erste richtet sich an den Landesvorstand, der einen Antrag gestellt hat, der es uns ermöglicht, unseren zurückzuziehen, sodass wir da nicht unsinnigerweise gegeneinander auftreten müssen. Der zweite Dank richtet sich an die Koalitionsfraktionen, denn sie haben so geschickt reagiert, dass sie es uns auch hätten viel schwerer machen können, hier auf diesem Parteitag und auf dem Europawahlkampf und in unserem Verhältnis zum Tempelhofer Feld. Diese Koalition war ungeschickt genug, eigentlich nirgendwo uns entgegenzukommen, weder im Bereich Wohnung, Soziales, Privatisierung usw., was unsere Partei natürlich insbesondere interessiert. Sie haben sich aber auch nicht groß gekümmert um Grünflächen, Stadtklima und andere Sachen, die vielleicht, mit denen sie die Grünen hätten kaufen können, denen die Privatisierung ja nicht so im Magen gelegen hätte. Und sie haben auch nicht groß was angeboten, was weitergehende Partizipationsmöglichkeiten anbelangt, sodass sie also auch die Piraten letztendlich zu einer eindeutigen Stellungnahme veranlasst haben. Für uns ist das erfreulich, für unsere Partei ist das erfreulich, denn wir können, wie gesagt, gemeinsam auftreten und die Dinge sind klar, die sind ja mehrfach erwähnt worden, ich muss das nicht alles wiederholen. Und vielleicht als letzter Punkt, der ist heute Morgen schon mal gefallen, die ganze Veranstaltung, die ganze Abstimmung findet diesmal auch in einem Wahltag statt, das heißt aller Voraussicht nach mit ausreichend Teilnahme. So, wir haben also gute Bedingungen und gleichzeitig werden wir an diesen guten Bedingungen gemessen werden. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich auch gewinnen. Wir können uns jetzt nicht so darauf einlassen, es ist so ein bisschen egal, was rauskommt. Auch die Leute, die sagen und berechtigterweise sagen, es ist ja nicht ihr Zentralbereich oder sie sind in Bezirken, die da nicht angrenzen, auch die sind jetzt aufgefordert zu erkennen, dass wir jetzt tatsächlich gewinnen müssen. Denn in dem Moment, wo der Senat das Ding gewinnt, wird am Tag danach dieser Wolf sein Schafspelz ausziehen und es wird eine Abstimmung, dieser Wolf, der eben erwähnt wurde, nein, Entschuldigung, der Wolf im Schafspelz, es war hier von der Kollegin von Tempelhofer Feld gesagt worden, es handelt sich hier bei dem, um einen, bei der Abstimmung handelt es sich um einen Wolf im Schafspelz. Nein. Entschuldigung. Also Masterplan im Schafspelz. Also es wird dieser Masterplan, dieser Masterplan wird sein Schafspelz ausziehen, sollten wir verlieren. Und der Senat wird erzählen, wieso die Berliner Bevölkerung hat darüber abgestimmt, dass die Außenbereiche des Tempelhofer Feldes privatisiert werden. Und das wird dann einfach so in einer machtpolitischen Situation unwidersprochen mehr oder weniger hingenommen werden müssen, obwohl da natürlich was anderes drinsteht. So, von daher, wir müssen gewinnen. Das war der Grund, warum wir unseren Antrag, der ja wie gesagt inzwischen zurückgezogen werden konnte, unterschrieben haben oder überschrieben haben mit Werbung und Mobilisierung für 100% Tempelhofer Feld, denn wir halten das wirklich für wichtig. Ich fordere euch alle auf, Genossinnen und Genossen, egal in welchem Bezirk, macht das zu einem integralen Bestandteil des Wahlkampfes, dann können wir gewinnen. Und es ist eben nicht eine kleine Gruppe, die das im Moment macht, sondern es betrifft tatsächlich drei Abgeordnetenhausparteien in der Opposition und es betrifft eine große Bürgerbewegung, die aus unterschiedlichen Punkten sich zusammensetzt, die eben zum Teil auch gar nicht so viel mit Privatisierung oder nicht Privatisierung im Kopf hat, sondern einfach von dem Feld aus geht, von ökologischen Sachen ausgeht, wovon auch immer. Von der Summe her können wir gewinnen und wir müssen es. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt die Antragskommission bitten oder schafft man das? Sagen wir mal. Ja, nur ganz kurz. Also es liegt nur noch Eintrag vor, der Dringlichkeitsantrag 1. Die anderen beiden Anträge sind zurückgezogen. Wir machen jetzt das der Form halber so. Erstens muss der Parteitag entscheiden, ob er sich überhaupt mit der Sache befassen will. Das sieht unsere Geschäftsordnung so vor, weil das ja ein Dringlichkeitsantrag ist, dessen Ereignis, nämlich die Beschlussfassung jetzt über den Gesetzentwurf, erst nach Antragsschluss des Parteitages eingegangen ist. Wenn der Parteitag sich entschieden hat, ja, wir befassen uns mit der Sache, bestimmen wir über den Antrag D1 in der Sache ab. So, machen wir das. Wer also diesem Antrag seine Zustimmung erteilen möchte, dem... Dringlichkeit. Dringlichkeit, Entschuldigung. Die Dringlichkeit, genau. Wir müssen also zunächst über die Dringlichkeit abstimmen. Wer diesem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen möchte, dem bitte ich um das Zeigen der Delegiertenkarte. Das sind viele. Gibt es Gegenstimmen? Keine Enthaltungen. Damit haben wir den einstimmig für dringlich erklärt, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen und können nunmehr zur Abstimmung in der Sache kommen. Wer dem Antrag seine Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich um das Zeigen der Delegiertenkarte. Dankeschön. Die Gegenprobe. Keine Stimmenthaltungen. Bei zwei Stimmenthaltungen ist dieser Antrag angenommen, ohne Gegenstimmen. Applaus Vielen Dank.